Ja, in der Animation kann man sie auch leider nicht hitten. Ist nicht möglich. Kannst du nicht? Nee. Jetzt er ist wieder, aber jetzt macht sie eh ein Schlussglück. Daaaam. Nice. Vor allem wieder 20.400. Das ist halt echt das Maximum. Ja. Ja, Limit Break habe ich gleich nicht, ne? Ja. Cool, aber zumindest eine Bar, maybe. Ja. Für sie nochmal. Ja, aber Strong Potion ist er gerade noch. Ja, er stimmt für die Retail-Spiel jetzt leider nicht. Strong Potion, maybe? Obwohl der hält echt lange. Du hast ihn immer noch aktiv, so. Ja. Ich benutze er erst gleich. Ja, erst bei der nächsten Rotation. Musst du ihn erst wieder reinhauen. Ja, und jetzt machst du wahrscheinlich... Also ich habe 19.000 schon ohne damit gemacht, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt geht sie direkt nächste. Okay. Und jetzt hast du wieder Limit Break und deinen nächsten Tonic. Vielleicht ist er sogar noch aktiv, dass ich diesmal wieder nicht davon... Ich schluck's einfach, aber ich pass gar nicht drauf auf. Ja, wenn's nicht aktiviert. Genau. Ja. 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 Ha. Hahahaha. Kur kur kur. Oh, Glück. Oh, das hat sich auch getrimptet. Wow. Got GG's? The fucking 2-cycle, bro.